Es gibt ja Abend. Immer, nicht? Ich filme da gerade. Aber was... Dich auch, ja? Haus Varga. Ganz tolles Restaurant mit einem schönen Blick auf den Balaton in Ungarn. Das ist kein Pest. Söhn hier Tipp an alle, die mal hier sind. Ja, Emma. Ja, ich weiß. Ganz viel Fisch gibt's. Hört sich alles gut an. Papa. 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 Ja, Stromleitung. Toll.